Eat your Bible Mit Josias Burger und Chris Strauch Ho Josias! Hallo Chris! Ja, zwei Wochen können einfach wahnsinnig schnell vorbeigehen, gell? Ja, ja, aber sie können sich auch dehnen. Also, ich habe das extrem genossen, diese zwei Wochen. Sie waren sehr intensiv und trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass sie einfach so schwupp vorbei gewesen sind. Ja, zurück von Irland. Schön, dass du wieder da bist. Es ist wirklich ganz reichhaltig, würde man sagen. Und eine erfüllte Zeit gewesen. Und eben zum ersten Mal, als du in Irland gewesen bist, sag mal, was hat dir jetzt am meisten Eindruck gemacht? Es ist wirklich sehr, sehr vielfältig gewesen. Mir hat Eindruck gemacht, ganz verschiedene Leute kennenzulernen. Und die haben alle ein Stückchen von Irland repräsentiert, verkörpert, haben eine Geschichte zu erzählen gehabt, haben ihre Geschichte erzählt. Und es war so viel Gestaltung und mit so viel Herzblut und Engagement, wie sie das erzählt haben, wie sie sich für ihr eingesetzt haben. Das hat mich sehr beeindruckt, neben der Landschaft natürlich. Ja, und wie soll so ein reformierter Pfarrer in einem katholischen Land sein? Ah, das ist gut gegangen. Das ist gut gegangen. Nein, das war auch spannend, das zu erleben, wie sie ihren katholischen Glauben dort leben. Also es sind rechtgläubige Menschen auch, gell? Ja, das hat man gemerkt, zeigt sich an verschiedenen Sachen. Und es gibt natürlich auch noch Protestanten, auch wenn es eine ganz kleine Minderheit ist. Wobei die Protestanten, die anglikanische Kirche, wäre das in dem Fall, die ist natürlich schon auch relativ weit weg von unseren Reformierten. Das sagen wir mal so vom Gottesdienst her, wie der gestaltet wird. Das ist ja so eine Mischform aus evangelisch und katholisch. Ja, genau, genau. Und wir haben aber einmal, am Sonntag, in eine anglikanische Kirche, nicht in eine katholische, natürlich in eine anglikanische. Und sogar der Erzbischof hat das bewilligen müssen, dass wir dort gehen. Und dann haben wir einen reformierten Gottesdienst feiern können. Also wieso hat er das bewilligen müssen? Das weiss ich auch nicht. Wahrscheinlich, dass wir da ... Die wollten wissen, was das für Leute sind, und dass das nicht irgendeine komische Gruppierung ist, die dann Gottesdienst feiert, oder? Also das heisst, du hast dort auch predigt, in der anglikanischen Kirche. Ja, und der Messmer hat mir dann genau gesagt, an dem Bildchen tut man predigen oder lesen, und an dem Bildchen tut man beten. Und hast du das auf Englisch gemacht? Ich habe es natürlich auf Deutsch gemacht, also auf Schweizerdeutsch. Aber es hat einen Teil davon gegeben, den ich auf Englisch gemacht habe. Vor allem habe ich ein englisches Lied genommen, also nicht englisch, also ein irisches Lied, Lord of the Dance, der die ganze Geschichte von Jesus erzählt, aber in Form von einem Tanz. Und das haben wir auch gesungen, das Lied. Und das haben sie natürlich dann auch gekannt, weil das ist eines von ihren irischen Liedern. Und dazu habe ich ihnen ein paar Gedanken gesagt, und sie haben mir auch gesagt, sie hätten schon ein bisschen verstehen können und ahnen, um was es geht. Wie dankend. Ein Abenteuer mehr, das du da erlebt hast. Ja, so schön gewesen. Dass du das auch mal machen durst, in einer irischen Kirche. Das habe ich mich sehr geehrt gefühlt, ja. Du hast gesagt, ein Guinness muss sein, vielleicht auch noch ein Whisky, und hat es ein Guinness gegeben? Es hat gerade als erstes schon, wir sind angekommen und sind also am Mittag angekommen und gerade das Erste, was wir gemacht haben, wir sind in einer Pop. In einer Pop. Ja, Pop sagen die dort, in Dublin. Und haben gerade als erstes eine Pint bestellt. Und wenn man eine Pint bestellt, ist es klar, das ist ein Guinness. Ah, dann sind wir gleich in Dublin gewesen. Ja. Weil du hast noch gesagt, du bist nicht sicher, ob du dorthin kommst. Zuerst gerade in Dublin, ja. Aber ich wollte wegen Whisky etwas sagen. Wir sind nämlich in einer Whisky-Destillerie gewesen. Und zwar auch am ersten Tag. Und du glaubst nicht, wo die gewesen ist, die Whisky-Destillerie, in was für einem Gebäude? Ich lasse mich raten. In einer Kirche. Genau. 100 Prozent. Wirklich? Ja. Das war unvorstellbar eigentlich, dass eine Whisky-Destillerie in einer Kirche ist. Ist das noch eine gesegnete Kirche gewesen? Entsegnete oder Entsegnete? Man sagt dem immer entweit. Entweit, Entschuldigung. Die Kirche ist entweit worden. Und das klingt natürlich so ein bisschen abenteuerlich für uns. Aber gemeint ist einfach, so wie in einer Kirche geweiht wird, wird sie auch entweit. Das ist also nach einem genauen Ritus. Und dann ist es egal, was nachher in dieser Kirche passiert. Völlig egal. Hauptsache, sie ist richtig entweit worden. Und jetzt das, was neu dort drin ist, ist vielleicht auf eine Art ganz weit weg von der Kirche. Aber irgendwie gibt es schon auch Verbindungen. Also dort in dem Bereich, wo der Altar gestanden ist, sind jetzt die Destilliergeräte. Und Kirchenfenster, die sind neu gemacht, aber jetzt halt nicht vielleicht Darstellung von Jesus, sondern von dem Destillationsvorgang. Also in diesen Farben sind die Kirchenfenster gemacht. Und dann könnte man sagen, es geht jetzt nicht um Spiritualität, sondern um Spirituose, aber auch in dem Sinn gute Qualität, also hohe Qualität. Und das, was hergestellt wird in dieser Kirche, Ischke-Baha, wie die Tiere sagen, das ist ein gelies Wort. Und Ischke heisst Wasser und Baha des Lebens. Also Lebenswasser wird hergestellt. Und daraus hat sich dann das Wort Whisky entwickelt. Also Ischke, Whisky, Whisky ist daraus geworden. Also Whisky heisst nichts anderes als Lebenswasser. Ah, das ist ja schön. Und das entsteht noch in einer Kirche. Ja, und es geht ja auch in der Kirche um das Wasser vom Leben. Hast du eine Flasche gepostet? Ich habe eine gepostet, ja. Und in einer berichtigen Gelegenheit werden wir dann nochmal ein bisschen von diesem Lebenswasser miteinander trinken. Oh ja, das belebt hundertprozentig, da bin ich sicher. Eines muss man noch sagen, es hat ja so eine Ortschaft gegeben in Irland. Du spielst ja auch Theater und in der Theatergesellschaft Trimis, da hatten wir ja auch mal ein Theaterstück, das in Irland gespielt hat. Und wie hat die Ortschaft geheissen? Linen. Linen, und da spricht man jetzt so aus. Hast du das herausgefunden? Das spricht man genau so aus. Und dort sind wir gewesen? Dort sind wir gewesen und haben angehalten vor der Tafel von Linen und haben dort auch Fotos gemacht, sind in eins von diesen beiden Pops gegangen und haben dort ein Guinness getrunken. Und ich habe selbstverständlich das Bild dann sofort den Theaterfreunden geschickt. Für mich war das ein besonderer Moment. Es hat mich sehr berührt, weil ich so lange geübt für das Theater und nachher haben wir das Theater aufgeführt und du hast gelebt in diesem Theaterstück zusammen miteinander. Das ist fast wie eine Familie. Und dann gehst du wirklich dorthin und siehst es mit eigenen Augen. Das gibt es wirklich von dem, was du die ganze Zeit geredet hast. Tausend Mal oder ich weiss nicht, wie viele Mal. Und das war für mich berührend. Es hat mich auch schön gedunkt, wir waren Connected während dieser Zeit. Du hast mir immer wieder mal ein Bild geschickt oder auch ein Filmchen. Und einmal musste ich schmunzeln, weil ihr seid in einem Pop gewesen. Sagen wir Pop. Ja, Pop. Pop. Und ihr war ja eine Gemeinsereise, die Sitzers drin ist. Ihr habt das Bauernbübel gesungen. Das war unglaublich. Ich glaube, das war etwa das zweite Pop, als wir waren. Und es war so eine gute Stimmung dort. Also drei ältere Herren sind dort gesessen, um einen Tisch herum. Die haben sich also angelangt, nicht auf einer Bühne, sondern um einen Tisch herum. Und haben dann Musik gemacht. Haben die irischen Volkswaisen gesungen. Und wir sind dann, weil es voll gestopft war, sind wir dann an so einem Tisch her gesessen, wo jemand von Kanada gekommen ist. Eins war ein Irin. Und dann war noch ein Italiener dort. Und wir waren Schweizer. Und dann kommt man natürlich schnell ins Gespräch. Und wir haben das erzählt. Und haben es irgendetwas für Musik gehabt. Und dann hat die Irin gesagt, ja, singen doch einmal ihr ein Lied von euch. Und dann haben wir das Lied gesungen. Und dann hat sie das so cool gefunden, dass sie gesagt hat, sie ginge jetzt gerade diesen Musikern sagen, ob wir wollen die auftreten. Wir können die da auftreten. Und wir haben den vollen Einsatz gegeben. Den vollen Einsatz gegeben. Hinten mal runter, mal links, mal rechts. Wir spielen das schnell ein. So hat das getönt. Ich glaube, da sind schon ein paar Staunen gekommen. Ja, also die haben wirklich voll mitgemacht. Und es war eine riesige Stimmung und einen grossen Applaus. Und man könnte sagen, wirklich Ireland, the home of crack. So nennt sich das. Wenn man so Freude hat und miteinander Spass hat, dann sagt ihr dazu Crack. Das klingt gut. Ja, ich sehe, du als sprachaffinen Mensch, du hast dort wieder gelebt und hast wieder vieles gelernt. Ja, also es hat, und wir haben auch Mühe, also unsere Reiseleiterin hat uns gerade willkommen geheissen mit ein paar gälischen Ausdrücken. Eben das Launchen sagt man beim Prost und so weiter. Und dann mussten wir es auch lernen, bis wir es haben können. Das Launchen. Ja. Das Launchen sage ich nächstes Mal beim Whisky. Eigentlich wollte ich mit dir heute noch über Auffahrt sprechen. Ich glaube, das machen wir das nächste Mal, wenn es für dich okay ist. Ja, das ist gut. Weil jetzt haben wir so viel über Irland geschwätzt. Vielleicht etwas noch zu Auffahrt, was mich jetzt noch Wunder genommen hat, eben Jesus, wo zurückgeht in den Himmel. Hat es doch eigentlich Zeugen gegeben? Ja, also er ist ausserhalb von Jerusalem, ist er mit seinen Jüngern auf den Berg gegangen und hat sie dort versammelt. Und dann ist er vor ihren Augen in den Himmel hoch. Emporgaben worden, heisst es. Und die Jünger sind da gestanden und haben hochgeschaut. Und er war weg. Und sie haben geschaut und geschaut. Und dann sind zwei Männer neben ihnen gestanden. Das heisst, es waren Engel, die gesagt haben, was schaut ihr da in den Himmel rauf? Der Jesus, den ihr da gesehen habt, in den Himmel geht, der kommt wieder zurück. Am Ende der Zeit. Und er hat euch ja versprochen, dass er euch den Geist wird schicken. Damit ihr nicht allein seid. Und das ist ja dann später am Pfingsten passiert. Eben, dann machen wir doch nächstes Mal so eine Auffahrt-Pfingsten-Ausgabe. Und dann bringen wir das beides zusammen. Ich danke dir vielmals, hast du so schön über Ihr Land erzählt. Und jetzt kommen wir natürlich zum wesentlichen Teil für unseren Podcast. Wir suchen wieder eine Stelle aus der Bibel aus, einen Zufalls-Bibelspruch. Wir sind jetzt im Exodus gelandet. Also das ist das zweite Buch, Mose. Und im zweiten Kapitel, da heisst es im Vers 24, Und Gott hörte ihr Seufzen, und Gott gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaac und Jakob. Das ist der Vers für heute. Also da war es 70. Und es war nicht einfach für das Volk Israel. Und Gott hat das 70. gehört und hat sich erinnert an seinen Bund, den er geschlossen hat. Und was war das für ein Bund? Ja, das ist jetzt eben eine gute Frage, weil es geht ja noch nicht um den Bund mit Mose. Der ist ja auch mehr bekannt, dass Gott mit dem Volk Israel durch den Mose den Bund schliesst, der dann eigentlich im Alten Testament den Namen gibt, also der alte Bund, oder der erste Bund. Und das gibt aber noch andere, einen anderen Bund. Es gibt zum Beispiel den Bund, wo Gott mit allem schliesst, was lebendig ist. Das ist der Noah-Bund nach der Sintflut. Und da ist jetzt von einem Bund gedreht, wo er mit Abraham, mit Isaac und Jakob geschlossen hat, also sozusagen den Urvettern. Der Abraham ist ja auch eine zentrale Figur im Islam, im Judentum und im Christentum. Ja, und es gibt doch die, man redet doch jetzt auch davon, von diesen Abraham-Abkommenen, genau, Abraham-Abkommen im Noen Osten. Und dort hat man sich jetzt nicht auf den Mose berufen, weil der Mose jetzt speziell quasi auf Israel bezogen ist, oder diesen Bund, sondern man hat sich erinnert, dass es noch einen Bund vorher gibt, eben an den Abraham-Bund. Und mit dem Abraham ist ja auch der eine Sohn verbunden, der Ismail oder Ischmael, wo ja dann sich auch die Araber darauf berufen, oder die Moslems sich darauf berufen. Also ein Bund, der noch mehr einschliesst, als jetzt der Moser-Bund. Ja, eben, vom Grundstamm her sind wir alles diegleichen, und trotzdem haben wir Krieg, haben wir Krach miteinander. Ja, das ist etwa mal schwierig zu verstehen, oder? Wenn man sich so nachsteht, könnte man doch sagen, wir sind uns doch, wir kennen uns doch, wir wissen doch ein bisschen, wie wir ticken, und wir können einander auch leben lassen, also in der Unterschiedlichkeit, die wir haben. Aber jeder weiss, wenn er einen Bruder hat, einen Bruder oder eine Schwester, kann einem etwa mal grausam auf den Geist gehen. Und selber ist man ja vielleicht dann auch der Bruder oder die Schwester von jemandem, der anderen auf den Geist gehen kann. Und wenn man natürlich dann so nachzueinander ist, dann kann man jemanden mal nicht so ausweichen, und dann wird es schwierig, mit so Reibereien. Also, wieso hat es so eine Spaltung gegeben? Also, beim Christentum ist klar, ein Jesus ist gekommen, und wieso ist dann auch zusätzlich der Islam entstanden? Also, der Bund, wo Jesus schliesst, oder wo durch Jesus sein Leben und Sterben geschlossen wird, der wollte ja auch wieder öffnen, nicht nur sich bezeichnen auf ein Volk, sondern auf alle Menschen. Und später ist dann der Mohammed gekommen, wo, ich glaube, zuerst war er wirklich der Überzeugung, dass er den christlichen Glauben, oder sagen wir mal, eine Form von jüdisch-christlichem Glauben den Araber bringen will. Einfach so, dass er die Araber versteht. Und er ist dann auch überrascht und enttäuscht, dass eigentlich die Christen und Juden nicht mehr Freude hatten daran, was er gemacht hat. Und daraus hat es sich dann quasi wie eine neue Religion entwickelt, mit neuen Gesetzen und neuen Geschichten. Und so hat man sich dann halt angefangen zu abgrenzen. Aber im Koran wird ja auch viel über die Liebe gesagt. Es wird über die Liebe gesagt und es kommt der Abraham, der heisst einfach Ibrahim vor und es kommt auch der Elia vor und es kommt vor allem auch der Isa vor. Also Jesus wird im Koran Isa genannt und er ist ein grosser Prophet. Und sogar auch die Geburt von Jesus wird geschildert im Koran. Und das ist noch spannend, es gibt auch verschiedene Bezugspunkte und es ist immer die Frage, willst du auf das gemeinsame schauen, auf das verbinden oder willst du auf das schauen, was trennt? Und je nachdem, was betont wird, gibt es dann halt Verständigung oder das Gegenteil davon. Was ich sehr schade finde, weil ich finde immer, dass man den gemeinsamen Konsens finden sollte. Ja, also den Blick für das, was uns verbindet, was uns Menschen verbindet, wir sind als Menschen doch, wenn du an Gott glaubst, dann sind wir ja Geschöpfe vom gleichen Gott und dann hat er eigentlich Freude, wenn die Menschen sich verstehen und wenn die Menschen merken, dass sie eigentlich im tiefsten alles Kinder sind von Gott oder Brüder und Schwestern sind. Und dass es natürlich grosse Unterschiede gibt, das ist klar, das kann man nicht weg schön reden, aber auf was schaust, das ist die entscheidende Frage. Es ist der gleiche Gott, den Abraham zum Stammesvater erklärt hat. Ja, und da wird wirklich Bezug genommen auf den Bund und dass Gott an den Bund denkt und jetzt handelt und wir seufzen ja auch, also vielleicht geht es uns etwa mal gleich, wie Gott, dass es jetzt diesen Menschen so schlecht gehen oder warum die Menschen sich so zu leidwerken oder bekriegen. Das ist wirklich ein Zeugs, das ist ein Ach und Weh und so geht es da Gott auch. Also wenn es Gott gibt, wird es heute wahrscheinlich auch so sein, dass er laut 70 wird. Ja, dass er da, ja, dass da nicht so viel von Spass und Freude und Crack wie ihr seid vorhanden ist, sondern eben das 70 aber es ist ja spannend zu hören dass Gott 70 vielleicht würde man denken Gott ist so hoch erhaben und ist so im Frieden und ruht so in sich selber da ist doch kein 70 bei Gott wir 70 wir Menschen wir haben es klagen und uns und weh und ach und aber Gott doch nicht ja meinst du es ist ein mitleidender Gott ja das finde ich das kommt sehr schön zum Ausdruck wie Gott mitleidet und wie er sich betreffen lässt von dem wo Menschen erleiden oder aber auch von dem wo Menschen sich erfreien daran wenn du ein Kind hast und dir das immer und immer wieder enttäuscht irgendwann ja gibt es doch den Punkt wo wie Abschlüsse ist meinst du den Punkt gibt es bei Gott auch es gibt ja wirklich ähm ich habe ein Beispiel wo Eltern mir sagen also jetzt ist wie Hopfen um Malz verloren ich weiss nicht was machen ich habe alles probiert in der Erziehung und irgendwie fruchtet nichts und das ist schon noch verrückt wenn das jemand sagt und ist sicher enttäuschend und ich glaube wir kommen als Menschen immer wieder mal an so einen Punkt wo wir sagen ja nein jetzt ist fertig jetzt habe ich genug jetzt habe ich die Nase gestrichen voll und dann zu wissen ich glaube dass es bei Gott nicht so ist weil er nicht ein Mensch ist wie wir Menschen sind sondern etwas und dass er einfach so eine Engels Geduld hat wir reden ja von den Engeln also wenn Engel so eine riesige Geduld hat vielleicht hat Gott noch viel die grössere Geduld aber bei uns macht es auch den anschein dass nie etwas richtig fruchtet wir machen Fortschritte und nachher zerstören wieder alles und dann mit drauf und zerstören meinst du empfindet unser Gott manchmal als seine grösste Enttäuschung ja das kann mir schon vorstellen dass dass es Moment gibt und Situationen gibt wo Gott wahrscheinlich so empfindet denkt jetzt habe ich so viel Liebe investiert ich habe all meine Liebe investiert in die Menschen könnten die nicht aus freien Stück etwas von dieser Liebe zurück geben ist es Menschen möglich dass die so viel Energie investieren in Destruktives und oder vielleicht auch in Belanglosigkeit und in Gleichgültigkeit und Gedankenlosigkeit ja das kann ich mir schon vorstellen also ich muss sagen manchmal stand ich auf und muss seufzigen eben wenn die Weltlage beobachtet ist und was alles passiert und trotzdem finde ich man muss weiterhin positiv denken ja und man darf auch nicht alles schlecht machen also es gibt Menschen die sagen die Menschheit hat nichts gelernt schau mal raus die Menschheit hat überhaupt nichts gelernt es gibt immer wieder Kriege das ist nicht anders als bei Kain und Abel oder ja natürlich ändert sich das wahrscheinlich nicht dass Menschen immer wieder um den Frieden ringen aber das ist eine Aufgabe du musst um den Frieden ringen und du kannst der liebe Raum geben und das hast nicht einfach auf dem Schaukelstuhl locker vom Hocker sondern das ist ein Krampf es braucht Investition es braucht Einsatz aber es lohnt sich und dann können wir aber auch sagen Menschheit hat sich durchaus also hat schon etwas gelernt ich meine dass wir jetzt auf den Mond fliegen oder dass wir mit einem Computer umgehen oder dass es überhaupt Computer gibt so hochkomplexe Sachen das zeigt ja schon dass die Menschheit durchaus einen Schritt weiter gekommen ist und Errungenschaften gemacht hat und geforscht hat und weiter forscht und dass du wie wir sind etwa mal wie Zwerge auf den Schultern von Eisen also wir können wie das was vorher war aufbauen und weitermachen im guten Sinn die Frage ist einfach die Errungenschaften und die Forschungen wie wird das eingesetzt wird das zum Sägen oder zum Fluch eingesetzt und da haben wir natürlich eine riesengrosse Verantwortung und je mehr das wir können desto grösser wird die Verantwortung und desto grösser ist auch der Absturz oder die Absturz Möglichkeit Einfach nie müde werden in Friede investieren Ich finde in die Wissenschaft investieren aber genauso viel in Friede investieren Nie müde werden und einfach dran bleiben Nicht müde werden und du darfst auf 70 Gott hat auch 70 Dann darfst du auch 70 und trotzdem nicht müde werden und an den Bund denken Wir dürfen ja zum Beispiel an den Bund denken Gott durch Jesus mit allen Menschen geschlossen hat Das wäre so oder jemand anders kann einen anderen Bund denken aber das ist doch etwas beflügelt sich 50 einen Weg hat und eine Idee hat wie es weitergehen Ja und 50 tut manchmal auch gut Es gibt ein bisschen Entlastung dass man dann weiterkämpfen kann Also 50 ist sogar Wort verband mit saufen Es ist das gleiche Wort Also wenn du tief tief Also ich will jetzt nicht sagen man saufen das will überhaupt nicht sagen aber jeder kann verstehen was es heisst wenn man so richtig Durst hat und dann kommt man an einen Brunnen und hat frisches Wasser und dann trinkt man vielleicht nicht nur von dem frischen Wasser sondern nimmt es richtig in sich auf also sauft das frische Wasser und so tief Atem holen wie man dort Wasser in sich aufnimmt ist eben Säuft zu gehen und das tut gut richtig tief Atem Atem holen mit dem 70 sind wir am Schluss wieder beim Lebenswasser gelandet also der Kreis schliesst sich Josias schön ist gewesen ich bin gespannt auf die nächsten Folgen vielleicht schlicht sich eine weitere Geschichte noch von Irland mich würde es freuen schön bist wieder da und ich würde sagen wir können es noch auch nach den Ferien sogar ohne gross 70 müssen es ist wirklich schön und es gibt die eine oder andere Geschichte zum Beispiel zum Patrick die könnte einfliessen lassen Danke dir Josias Gerne Tschüss Chris It's Your Bible mit dem Pfarrer Josias Burger und dem Moderator Christrauch im Auftrag von der evangelisch reformierten Landeskirche Graubünden